Wir beabsichtigen, die fundamentalen Notwendigkeiten und das Umweltbewusstsein der Menschheit wiederherzustellen, durch die Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen darüber, wer und was wir wirklich sind, gekoppelt mit der Erkenntnis, wie Wissenschaft, Natur und Technologie, eher als Religion, Politik und Geld, den Schlüssel zu unserem persönlichen Wachstum halten, nicht nur als Individuen, sondern als ganze Zivilisation, sowohl strukturell als auch spirituell. Die zentrale Einsicht dieses Bewusstseins ist das Erkennen der allgegenwärtigen und symbiotischen Elemente der Naturgesetze und wie die Abstimmung auf diese Erkenntnisse als Grundlage unserer persönlichen und sozialen Institutionen fungiert. Nicht gut oder schlecht. Sie flüchten vor den ewig wechselnden Lebenserfahrungen, welche sie beeinflussen. Der Wert eines Menschen, falls es so etwas überhaupt gibt, hängt direkt mit dem Erziehungs- und somit mit den Glaubensstrukturen zusammen, auf welche wir alle konditioniert werden. Diese simple Realität wurde bislang auf das Äußerste übergangen, und primitiverweise glaubt der Mensch heutzutage, dass Wettbewerb, Gier und Korruption feste Bestandteile des menschlichen Verhaltens sind. Im Gegenzug benötigen wir Gefängnisse und eine Polizei, daraus wiederum folglich eine Hierarchie der differenzierten Kontrolle, um der Gesellschaft zu ermöglichen, dieses Fehlverhalten zu handhaben. Dies ist völlig unlogisch und einfach falsch. Letzten Endes muss man die Wurzel der Ursache angehen, um die Dinge fundamental zum Besseren zu verändern. Unser momentanes Gesellschaftssystem der »Bestrafung« ist unmodern, unmenschlich und unproduktiv. Wenn ein Seriekiller gefasst wird, schreien die Menschen auf und verlangen nach der Todesstrafe. Es sollte umgekehrt sein. Eine wahrhaft, geistig gesunde Gesellschaft, welche versteht, was wir sind und wie unsere Werte erschaffen wurden, würde sich dieses Individuums annehmen und über dessen Beweggründe für sein gewalttätiges Verhalten nachdenken. Dieses Wissen würde dann an eine Forschungsabteilung weitergegeben werden, welche sich der Vermeidung solcher Zustände durch Bildung widmen würde. Es ist an der Zeit das »Flickwerk« zu beenden. Es ist Zeit, mit einer neuen sozialen Herangehensweise zu beginnen, basierend auf unserem heutigen ständig erweiterten Wissen. Traurigerweise basiert die heutige Gesellschaft überwiegend auf unmodernen, abergläubischen Verfügungen und Entschlossenheiten. Auch ist es wichtig, klarzumachen, dass es sich nicht um eine Utopie oder die ultimative Lösung handelt. Alle Fakten deuten auf eine fortwährende Veränderung auf allen Ebenen hin. Andererseits sind es unsere persönlichen, täglichen Handlungen und Entscheidungen, welche die sozialen Systeme, die uns umgeben, formen und weiter fortführen. Trotzdem sind es paradoxerweise die Einflüsse unseres Umfeldes, welche unsere Perspektive und damit unsere Weltsicht prägen. Daher wird ein wirklicher Wechsel nicht nur durch eine Veränderung unseres persönlichen Verstehens und Entscheidens, sondern auch in gleichem Maße durch Veränderung der sozialen Strukturen, welche unser Verständnis und unsere Entscheidungen beeinflussen, möglich. Die elitären Machtstrukturen werden langfristig durch traditionelle Proteste und politische Bewegungen nur geringfügig betroffen. Wir müssen diese Formen der etablierten Rebellion hinter uns lassen und uns eines viel mächtigeren Werkzeuges bedienen. Wir werden aufhören, das System zu unterstützen, während wir zur selben Zeit konstant Wissen, Frieden, Einheit und Mitgefühl befürworten und verbreiten werden. Wir können nicht gegen das System kämpfen. Hass, Wut und die Kriegsmentalität haben als Weg zur Veränderung versagt, da sie sich derselben Mittel der korrupten, etablierten Mächte bedienen, welche sie als Werkzeug zur Wahrung der Kontrolle einsetzen. Das ist ein, was ich sagen will, denn es war wie ein, was er sich nicht in Angehörigen verhältnismos ist. Das ist ein, was ich nicht in Angehörigen absichert. Das ist ein, was ich nicht in Angehörigen versagt. Wir müssen sich auch nicht in Angehörigen vers jerseyben, aber vielleicht wieder einen Knall schaden. Und dann gilt das, was er sich nicht in Angehörigen zu machen und die Leute. Ich muss mich nicht in Angehörigen versagen. Untertitelung des ZDF, 2020